Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Psalm 62, Vers 2 und 3, da heißt es, Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mir schaden. Niemand kann dir schaden, weil Gott seine Hand über dich hält. Er steht dir bei. Warte auf seine Hilfe. Hoffnung um 12. Heute wollen wir dich wieder so richtig ermutigen. Ja, gib alles ist heute das Thema. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet-admissionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Gib alles. Kennst du das? Von einer Sportveranstaltung vielleicht. Gib alles auf. Mach, mach. Gib alles. Alles, was du hast. Da habe ich ein Beispiel von meinem Vater gehört. Da war auf der Autobahn früher, als der Verkehr noch nicht so stark war, als er Kind war, ein Auto, ein Motorradrennen. Und das sind zwei Stück, die sind gefahren und gefahren und keiner hat irgendwo die Spitze erreicht. Und dann fängt einer an, also das waren so Motorräder mit Beiwagen, fängt an die Schuhe auszuziehen. Alles, was irgendwo drin war, was irgendwo Ballast war, alles rauszuwerfen auf die Straße. Und die haben dann gewonnen. Wir kennen aber auch ein Beispiel in der Bibel. Der Petrus. Wir lesen viel von Petrus und da wird auch viel drüber geredet. Und er wurde berufen vom Fischereigewerbe weg und hat wirklich seinen Beruf gegeben. Gott in die Hand, Jesus in die Hand gegeben. Er war dann mit Jesus unterwegs. Aber dann kam der Sturm auf dem Meer oder auf dem See. Wir wissen das, der Sturm. Und Jesus kam auf dem Sturm her und Petrus sagte, Herr, wenn du es bist, dann heißt mich zu dir kommen. Und Petrus hat es gewagt und er hat sich wirklich aus dem Boot gewagt. Und das wäre, wenn Jesus nicht das da gewesen wäre, wäre es sein Tod gewesen. Er hat sein ganzes Leben, auch das physikalische Leben, nicht nur sein Beruf, nicht nur sein Lebensinhalt, sondern auch sein physikalisches Leben hat er wirklich Jesus gegeben. Und das möchte ich überschreiben mit gib alles. Gib alles in die Hand des lebendigen Gottes. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir nicht nur unser Lebensinhalt, Herr, nicht nur unseren Beruf dir geben dürfen, Herr, sondern, Herr, dass wir unser ganzes Leben, auch unsere ganze Existenz, Herr, unser physikalisches Leben, alles in deine Hand legen dürfen, weil wir dann ganz, ganz dir nahe sind und du uns versorgst. Danke, Herr. Amen. Und ein Mann schreibt uns per E-Mail folgendes Gebetsanliegen. Liebe Freunde, bitte betet für mich. Ich habe eine Blasenentzündung. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der diese Blasenentzündung hat und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du auch der Heiler bist für diese Blasenentzündung, aber auch der Heiler für alle anderen Personen, die irgendetwas mit der Blase zu tun haben oder auch mit den Nieren. Ich danke dir, dass du da eingreifst, dass du der Heiler bist für Nieren und Blasen und dass dein Heilungsstrom jetzt gerade durch diese Menschen fließt, die an diesem Problem leiden, die da ein Problem haben. Ich danke dir, Jesus, dass du alles wieder herstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns dieses Gebetsanliegen. Hallo, liebes Team vom Missionswerk. Ich schaue zurzeit oft die Live-Gottesdienste oder eure Predigten auf YouTube. Jetzt möchte ich gerne um Gebet bitten. Ich bin eigentlich erst 35 Jahre alt, aber kämpfe schon immer mit meiner Gesundheit. Die Hauptprobleme liegen momentan in der Migräne, den starken Schulterschmerzen und der Endometriose. Die Endometriose erfordert eventuell weitere OPs und auch die Gebärmutter muss vielleicht entfernt werden. Bitte betet für mich um Heilung. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, dass du diesen ganzen Körper durchströmst mit deiner Heilungskraft, dass wir diesem Geist der Migräne gebieten dürfen zu weichen, dass du Jesus wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, dass diese Schulterschmerzen und auch diese Gebärmutter, dieser Unterleib wieder völlig in Ordnung kommen. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft. Du hast auch das alles ans Kreuz genommen und durch dein Blut darf diese Person heil sein. Danke, Jesus, dass wir das ausrufen dürfen über ihrem Leib und über ihrem Leben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Die Infos sind wie immer eingeblendet und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, ein Mann schreibt uns ein Gebetsanliegen wegen Corona und er schreibt folgendes. Ich bitte für meinen Sohn und Schwiegertochter um Heilung von Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung. Sie leiden unter Schwäche, Geruchs- und Geschmacksstörung. Ja, ich glaube, auch da gibt es viele, die Nachwirkungen haben und Angst, dass irgendwie was bleibt oder chronisch wird. Da wollen wir jetzt dafür beten. Herr, ich danke dir dafür. Du siehst dieses Gebetsanliegen und alle, die sich mit uns jetzt eins machen. Herr, danke, Herr, dass das Herr diese Krankheit nichts hinterlässt. Ich danke dir dafür, Herr, und das, was alles noch nicht heil ist, was nicht mehr richtig funktioniert. Herr, wir rufen wieder wirklich den Schöpfungszustand in diese Körper hinein. Herr, danke, Herr, dass die Geschmacksnerven und das alles wieder funktioniert. Geruch und Schwäche und alles wieder richtig funktioniert. Die Schwäche weggeht und der Geruchssinn wieder kommt. Ich danke dir dafür, Herr, für ein intaktes Leben voller Freude und voller Kraft. Amen. Amen. Eine Frau bittet um Gebet. Sie schreibt, ich habe seit längerem Rückenschmerzen und Schlafstörungen trotz Medikamente. Bitte betet für mich. Herr, danke für diese Rückenschmerzen, dass du der Heiler bist. Ich danke dir dafür, Herr, danke, dass du jede, Herr, Bandscheibe, jede Nerven und was im Rücken alles drin ist, Herr, dass es wieder an seinen Platz kommt, dass es gestärkt wird, dass es wirklich seinen Platz einnimmt und seine Funktion. Ich danke dir dafür, dass diese Rückenschmerzen verschwinden und auch damit die Schlafstörungen. Herr, ich danke dir, Herr, für einen kompletten Frieden in den ganzen Körper, Herr. Ich danke dir dafür. Friede an Geist, an der Seele und am Leib. Amen. Amen. Und eine Frau berichtet voller Freude von Gebetserhörungen. Sie schreibt, danke an Gott, dass ich drei Wochen Reha bekommen habe, plus eine Woche Verlängerung in herrlicher Schneewelt im Februar und die gute Atmosphäre dort. Danke, dass es mit den Handgelenken immer besser wird. Danke, dass ich Gottes Versorgung in den letzten Monaten immer wieder so genial spüren durfte. Eine weitere Gebetserhörung ist, dass die Hochzeit meines Neffens stattfinden konnte. Eine romantische Hochzeit in schönem Ambiente. Vielen Dank für eure Gebete und Ermutigungen. Ja, sie hat viel erlebt. Und aus der Schweiz schreibt uns eine Frau weiter. Mein Mann hat eine Arbeitsstelle gefunden. Er war ein paar Monate arbeitslos und hatte selbst nicht mehr daran geglaubt, einen Arbeitsplatz zu finden, weil er schon älter ist. Ich danke euch herzlich für eure wertvollen Gebete. Wie schön, wenn Gott eingreift. Heute berichtet eine Frau, was sie 2017 erlebt hat. Am 2.5.2017 stand eine OP an meinem Gaumen an. Ich wurde mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte geboren, die im Laufe meines Lebens mehrmals operiert wurde. 2017 sollte am Gaumen operativ nochmals nachjustiert werden. Ich hatte sehr große Probleme beim Essen und Trinken. Mir wurde wenig Hoffnung gemacht, dass die Operation auch erfolgreich ausgehen würde. Die Chancen standen 50 zu 50. Trotzdem stimmte ich zu. An der Gebetsnacht 2017 sagte Pastor Müller, hier ist eine Person mit einer Spalte. Die OP wird sehr gut verlaufen. Alles wird gut sein. Und wirklich, die OP verlief sehr gut. Und das ist bis heute geblieben. Ich bin Gott so dankbar. Nichts ist für ihn unmöglich. Ja, und das ist wahr. Füreinander da sein, das ist unser Anliegen. Und so hat das auch diese Frau empfunden, die uns geschrieben hat. Ich möchte mich auch im Namen meiner Schwester ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Meine Schwester hatte eine Brustkrebsdiagnose. Ich habe euch um Gebetsunterstützung gebeten. Die brusterhaltende OP Mitte Juni ist sehr gut verlaufen. Es wurden keine Metastasen gefunden. Sie muss lediglich Bestrahlungen wahrnehmen. Darüber ist sie sehr glücklich. Die Gebete aus dem Missionswerk sind ganz spürbar während dieser Zeit bei ihr angekommen. Es ist umwerfend schön zu wissen, dass es in Zeiten von Krise und Not Menschen gibt, die so wunderbare Unterstützung bieten. Ja, und wir beten auch gerne für dein Anliegen. Ja, das tun wir gerne. Wir hören aber auch gerne das, was Gott wirklich tut. Und du hast auch wieder gehört von der Gebetsnacht. Da geschieht so vieles. Wieder ein Zeugnis, wie Gott Gebet erhört hat. Und jetzt in dieser Woche am 18. Und um 14 Uhr haben wir Gebetsnacht. Gebetsnacht am Tag, weil wir machen es normalerweise schon in der Nacht. Aber wir können nicht Menschen hier haben, die sechs Stunden mit der Maske hier sitzen. Drum machen wir die Gebetsnacht am Tag. Nur über Livestream und über YouTube. Sei mit dabei. Du kannst auch da deine Anliegen uns wissen lassen. Und wir haben auch tolle Zeugnisse vorbereitet, wo Menschen berichten, über Filme, wo Menschen berichten, wie Gott Gebet erhört hat. Sei einfach mit dabei am Samstag um 14 Uhr. Und wenn du eine Gebetserhörung hast, lass es uns wirklich wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, noch der Tipp heute. Ja, überlege, hast du wirklich alles Gott gegeben? Nicht nur dein Leben, die Lebensübergabe, Herr, sei du wirklich mein Herr, sondern wirklich alles. Deine Familie, dein Beruf und so weiter wirklich in die Hände Gottes gelegt. Du sagst, wie macht man sowas? Den Beruf einfach an den Nagel hängen und sagen, Gott, versorg mich. Nein, so ist nicht gemeint, sondern wirklich, wirklich sagen, Herr, ich gebe dir mein ganzes Können, mein Beruf, meine Familie, meine Frau, mein Mann. Und das, was wir in die Hände Gottes geben, das wird er segnen. Ja, und Gott erhört Gebet. Und deshalb beten wir. Und die vielen Gebetserhörungen und Zeugnisse, die bestätigen das. Und wenn du ein Anliegen hast, darfst du es uns gerne mitteilen. Und wir beten auch dafür sehr gerne. Die Infos sind eingeblendet und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Und vergiss nicht, am 18. September, Samstag um 14 Uhr, mit dabei zu sein. Es ist schön, dich dort wieder begrüßen zu können. Der Herr segne dich und tschüss, bis bald. Alles Gute und Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.